Nutze gewöhnliche Waffen, um Spieler zu eliminieren. Insgesamt müssen wir da drei Spieler eliminieren. Ich empfehle euch, macht das Ganze am besten im Gruppenkeil-Modus. Eine gewöhnliche Waffe ist natürlich eine graue Waffe. Die besorgen wir uns dann kurz. Dann suchen wir einen Spieler. Eliminieren die kurz. So wie in diesem Fall. Das wäre jetzt Nummer 1. Hier haben wir Nummer 2. Und hier Nummer 3. So, und wie ihr seht, ist der Auftrag damit auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!